Die N-Helf, sag ich mal. Ach so, ach gut. Die N-Helf, die sind, also das Ehepaar ist hingezogen. War nicht lang drin. So heißt sie, die Nachbarin. Anja heißt sie, wanscht. Ah ja. Tobias hat die Freundin, die Greti kennt von ihm, ich ziehe aus. Doch. Und die hat jetzt am 8. Oktober, glaube ich, Termin. Im Kind. Ich weiss nicht, wie die um die Runde komme. Man sieht es nicht an ihm. Es ist nicht, wenn es weh ist. Dass er von Müde kennt, dass er es schafft. Vielleicht lebt er irgendwie, der Opa muss noch selber schulen. Vielleicht unterstützt der Opa noch, solange er lebt. Ich hab nur die Frau. Ich hab nur die Frau geschaffen. Ich hab nur die Frau. Nein, nein. Na gut. Na gut. Wir hatten jetzt alle, IST mit der Frau. Es ist riesig. Mhm. Nein. Sie müssen das nicht unterhalten. Gute aber auch. Vielen Dank.